Hallo, mein Name ist Alexander Beigl und ich bin das TV-Kriegskind. Für TV war es am Anfang ein sehr herausforderndes Jahr, weil wir zuerst damit gebraucht haben, dass wir eine finden. Aber ich finde, wir sind da ganz gut reingekommen und haben trotzdem viel geschafft. Ich finde man kann und dann etwas ändern, was gut. Also wichtig ist, dass man im Klaren anfängt, weil nur wenn sie im Klaren was haben, kann das größer besser werden. Zum Abschluss, da ich aus Giski bin, habe ich einen großen Wunsch. Und zwar, wir suchen für einen Standort. Es ist ein Tastort, nur unbedingt Leute, die bei der EV mitarbeiten wollen. Nur keine falsche Schal und einfach bei uns wollen. Ja, ansonsten wünsche ich allen, die das Video gesehen haben. Natürlich nur einmal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch. Und wir sehen uns voller neuen Energie und Trattentang im nächsten Jahr. Tschüss, also Giski! 2. 3. 4.